Zimbel. Zimbel ist ein indisches Instrument. Zimbeln sind vor allen Dingen beim Kirtan-Singen gerne verwendet. Zimbeln werden auch in den westlichen Liedern gerne verwendet, aber gerade im Kirtan-Singen sind Zimbeln besonders schön. Zimbel kommt vom griechischen Kymbalon und deshalb sind Zimbeln auch verschiedene Instrumente. Es gibt die sogenannten Handzimbeln, die auch als Idiophon bezeichnet werden und manchmal auch als kleine Becken bezeichnet werden. Manchmal werden auch Seiteninstrumente wie das Zimbal als Zimbel bezeichnet. Das wird auch als ungarisches Hackbrett bezeichnet. Und Zimbel sind auch bestimmte Register bei der Orgel. Und dann gibt es schließlich kleine und tonhohe Glöcken, die auch als Zimbel bezeichnet werden.